So, hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ja, hier im Hintergrund könnt ihr schon eine Drehbank sehen. Ich bin hier heute bei uns in der Firma. Dreh da kurz die Zahnradaufnahme. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video und bis dann. Tschö Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.